Yo, it's the Kid Money Boy, the Swagger Kid, Kid Swagger, the Ice Cream Man, the coolste und gleichzeitig heißeste Rapper im Game, es ist ein wunderschöner heißer Tag, Modetipp für Frühling und Sommer, die weiße Jeanshosen, weiße Stoffhosen, Wiese hier, das von C&A, das brauche ich gar nicht irgendwie verbergen oder so, ist auch ein guter Shop, ihr wisst Bescheid und ja, da in der Backpocket, Rubberband Banks, Couple of Stacks und ich sag, fuck a bank, ich hab auch eine Bank, ich hab meine Gummiringe, Rubberband Banks, doing, oing, oing, und ich hab nicht mehr viel Zeit, ich muss heute zum Airport, es geht heute nach Bamberg und ja, jeder, der die krasseste Rap-Live-Show im Moment, die heißeste Live-Show erleben will, hier ein paar Dates für diese Woche, ich hab in 5 Tagen 6 Dates, Ich bin heute, wie gesagt, in Piro in Bamberg, ich bin am Morgen im Empire in St. Martin in Österreich, ähm, Donnerstag hab ich ein Fotoshooting für ein neues Projekt, da werden auch sexy Ladies am Start sein, also da freu ich mich auch schon, Und am Freitag bin ich dann, ähm, Club Löwenherz in Nabburg, auch in Germany, ähm, am Samstag bin ich dort, am Freitag bin ich in Österreich und am Sonntag Doppelbooking, Oldenburg und Meppen, Also Shows after Shows, get into the money quick, und ansonsten, ich hab viel in der Pipeline, die Pipeline ist voll, kurz vorm Platzen, no homo, also official Music Video zu Polo, coming soon, äh, meine Street Single Black on Black, coming soon, Money Boy Shirts & Hoodies, now available, www.moneyboy.at, Money Boy Hotel Freestyle, now available, auf YouTube, und, ähm, ja, Money Girls & Fame, natürlich, coming soon, und Pancakes & Scissor, coming soon, too, also, ist euer Boy, Kid Swagger, der Ice Cream Man, Money Boy Swag, 21 for Life, Buh!